Guck mal, dass ihr, äh, keine Ahnung, läuft einfach ein T-A-Vinu überlegt, dann fokussierend. Lütte mich. Steht Mercedes im Weg, äh. Warte, bleib nochmal hier, wir warten, bis die Flagge kommt. Lass uns mal wo, gefahren mittlerweile. Nein, wir müssen jetzt hier bleiben. Gut, schau mal weg. Gibt sich Granatwerfer-Spiel? Hier, macht mal so ein bisschen Rundum-Sicherung, guckt, was da los ist, bis die Flagge kommt, ich weiß nicht, ob die Petro-Station überhaupt durchgekriegen. Ja, ich versteck deinen Platz hier. Oh, das geht. Nein. nötig gewinnen compound ja nötig auf dem deck an können wir mörser hier bauen markier und gib entfernung bitte denk schneller ich mörser schon mal hier ist ein deutlich compound reingefallen keine ahnung woher das ist hier charlie check mal drauf da los ist charlie ist los der letzte napkv wird erschossen das darf ich nicht machen schütze erst 2 die klapper da drüben die 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 schwenny ans im je da musst du auch aber kein tremendo ans im gebels ich kann da nicht 3 2 1 neider ich hätte den schadys mal ein bisschen viel smokes 2 kontakt richtung 20 grad nord nord und im westen richtung 286 er hat das entgegen und im ersten morgens habe ich erst meine Ich kann nicht mehr so gut Alter, mach bitte logic dann 1200 Bau 1700 Munition Guck mal ob's geht Guck mal ein, dafür mal eine rechte Barsch, die geht nicht Das ist genau von der Position Gegen aus Westen, näher an sich Das ist ein bisschen falsch schade Ich kann nicht Also ich kann nicht fahren, einer muss logic dann machen Kannst ja nicht fahren Wir haben hier funktioniert recht immer auf logic dann stehe und F nicht mehr Willst du logic dann machen? Du stehst ja so schön Oh Schweine, die wollen nicht herkommen, die haben Angst vor meinem Achimius, was ist vor Mike? Schade, aber ich hab uns noch auf dem Boden Was wir machen mit dem logic? Ja, jetzt geht's Ja, ich kann schon, man glaub wieder Oh, lass mich doch nachladen, danke Danke Da ist ja ein kleines Gebäude Äh, zwischen uns zwei Füt So, nächsten Ja, ich hab hier die Kacke Die Kacke am Dampfen Ja, das ist letztlich von dir Puh, der erste Schuss, der vom Fein kommt, der trifft Come in Ja, aber das Geht einfach nicht in diese Richtung Ja, ich bin behindert Ja, wie man's macht, man's halt falsch So ist da den Squad Naja, das stimmt Irgendwann ist er Accepted and move on Kannst aber aussteigen Den Fein wegschießen Du musst aber aufpassen Da schießt einer aus diesem Turm raus West Da ist so ein kleines Türmchen Und da ist ein Fenster Und da schießt er raus Du meinst in Richtung In Richtung West West-West-Nord Ich hab gedacht, du kannst den West-West-Nord Ich hab gedacht, du kannst den West-West-Nord Und dann geht genau Sofort Oder bleibliegen Ja Ja, ich jam einfach auf dem Elektro Wird schon schiefgehen Und er findet den Weg auch nicht Ich fahr da mit dem Logipeter auf dem Ufmark Und lass sie in der Stehe Wenn der Tavela kommt Kommen wir, dass wir das Radio aufschaufen Und dann sitzen wir in der Tech-Up Für District-Center Sonny, wie heiß ist das bei dir im Norden? Wake up, back War dabei, wake up, kontakt Da über mich jetzt wieder holen Oder warten wir wieder holen Wie heiß ist das? 8.000 bis 13.000 Grad Flo Wenn ihr wachmuchtet Ja, ist klar Ja, ist klar Okay, das hat sie erledigt Okay, das hat sie erledigt Oh, was geht's ab? Scheiße Einen hab ich Was? Wie nah sind die Stimmen? Kommt von der Wüsten Und Krieger, wie nah sind die Wüsten drin? Ja, es kommt immer Einer kommt immer mal durchgestoßen Und der Rest, der hockt einfach auf den Hütten Und wartet, dass wir mal rausgucken Feindlicher Logi ist hier gerade reingefahren Mitten rein Mitten rein Fertig Ah, der ist tot Das ist eigentlich immer noch so heiß los Logi ist leer Gerade Ruhe, aber ich bin nicht im Kompon drin Menschen da Ich jag mal den Schmutz dann in die Luft Baller mit drauf, laut Exor Wär mehr als nur genug Muni Schön den Motor ballern Ich höre die Kette Richtung Nord-Ost Schön, ob specified Dann es ist so , es ist superpower Tön Wirs gleich pass auf der geht gleich die märzer schlägt Das ist hier genau, ja Ich brauch die Mörser schlagen Pass auf die Mörser auf Mich haben die Mörser erwischt Egal was, egal wie, egal wo Ich muss hin Lodge, ich fähre jetzt los auf den Movemark Alle die hier noch beim Kompon sind, guckt mal, dass ihr, keine Ahnung Läuft einfach hinterher, wenn ihr bleibt Klammer hat er uns gesehen Ja, da war gerade Infanterie ist bei mir gelaufen Falscht gespawnd, ich müsste weglaufen Oder sollte mich versetzen Oh, fährt direkt über mich drüber Gut, dass ich mich noch hingelegt habe Guckt der noch auf uns? Die zweite Kette kommt auch Irgendwie müssen wir dem Lodge weg Scout-Car ist hinter euch Und da hinten dran kommen noch Was haben die Feinde hier? Das MTW Pass auf, gegen hinter uns ist der Scout-Car Pass auf, weg wenns geht Warte, fahr ins Kompon rein, wo die Abwehr steht Ah, und ich hab übrigens keinen Schuss mehr Ich hab übrigens keinen Schuss mehr Dad war aber grundsätzlich Ich hab übrigens nicht lieber vielä den Schuss mehr Als ich mich gerade Ich bin ein ganzes Geismos Ich habe wirklich Ich bin ein paar Dämpfangen Ja, ja, das ist der Plan. Wir fahren auf dem Weg, die beiden Idioten da auf Dings ein und dann da. Ja, Otter fährt so gut, der wird nicht getroffen. Nein, nein, das ist ein Scam. Du Ars, du Arslox. Alles klar, alle die Dosen sind verschrieben. Du Ars. Und nach Druck auf das District Center. Also bei Petrol im Südwein. F4 als 5G ein, oder? Ja, sehr lach. Ah, danke für die Info. Welkom... Näh, Mann. Vielleicht überlegt er dann. Ich weiß sie, Angriff oder so? Wir können noch was verrücktes versuchen. Ich würde halt irgendwie, ne, ein bisschen Tickets rausgeben. Wer ist denn noch nicht reingespawnt? Niemand? Ja, egal. Dann spawn einfach mit der F3 und Druck auf District Center. Ja, dann kann sich Charlie auf die Stadt fokussieren. Messer kill. Wir brauchen schon Munition. Piranha, hör damit auf. Du weißt, das endet nicht gut. Ich hab doch schon einen Toten. Ja, du weißt, das mit den Messer killst, das endet bei dir nicht gut. Ja, doch. Du meinst, du kannst nichts machen. Ja, da muss ich frontal drauf zu laufen. Da ist noch ein Rally in der Stadt. Der läuft eigentlich mit mir mit. Oh, ich markier's, aber ich hab ja FTL. WTF? Die Frage ist, wo bist du, Otter? Ah, da oben. Du hast hinter dir einen Nordkrieger und Sunny Schlumpf. Motor, ruhig weg! So, Feind war hier. Sehr schön, der ist tot. Okay, hab ich. Perfekt. Rally ist vermutet auf Charlie. Das war's, waren nur zwei Stück. Wie ich gesehen hab. Aber der hat sich seit dem Anfang hier nicht mehr wegbewegt. Also ich hab keinen Pflaster mehr, keinen Schuss mehr und keine Granaten mehr. Okay, wir haben noch ein Nordlöcher. Einfach liegen bleiben, vielleicht kommt der und holt uns jemand. Ich will jetzt auch nicht da entlang laufen. Auf District. Gegner auf mir. Gegner auf mir. Zwei Stück. Und wieder rein spawnt. Oder hier Dings kann auch zurückkommen. Ähm, ich glaub wir kriegen im Westen ein bisschen heiß Feind rein. Ja, da ist ein Rally mit ungefähr drei, vier Mann. Mehr nicht. Rally müsste Charlie sein. Ich glaub du hast es vom Scout-Car gesetzt. Hast hier irgendeiner von einem Pflaster stehen sehen, der noch nicht aufgeschaufelt ist? Ja, Mörser sind doch für Anfänger. Guck mal, ich brauch nicht mal Munition um G-Swat jetzt jagen. So, ja dann hat irgendwo jemand einen Mörser eingestellt. Viel Spaß beim Sü- Das ist immer das Beste. Irgendjemand stellt irgendwo einen Mörser hin, markiert nichts. Ah, das war's. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ich weiß nicht, die Stadte erbeste mich jetzt Ich glaub an euch, gibt FTL zu Otto, du bist ekelhaft und ich hasse dich Komm, Sandy darfst nachspawnen, da müssen wir nicht aufgeben keine Ahnung, und ich habe keine Ahnung, aber ich muss sagen Ich meine Ereste und ich werde рос, dass ich Fäule, wir leszen Aufwand, ich mache mich Du bist nicht aufwand und bin Ochge Du bist nicht aufwanden, ich mache mich Ich bin kein Problem, weil ich auch ca. der 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 hast du gesehen es 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 Ich sag mal, ich bin kalt, ich bin bei dieser Fuschtdruck nachgelenkt. Wir rennen ja genau nötig hinter der Wand. Ami. Ami. Ich habe ihn noch nicht verraten. Spannende Musik ich hab den jenigen hier ist alles tot der letzte müsste alles tot sein ich habe den auf charlie erwischt gerade mit einer granate aber der hat mir instan hätte gegeben die granate kam der sonne proto ich glaube das war es immer der logi steht halt noch hier sehr schön flex wird da das rallye müsste dann auch weg sein dann müssen wir nur noch den logi machen ich will nicht wieder den logi kaputt machen gehen habe ich wieder keine muni muss ich wieder leute mit messer kill dann spann dich das muss es gewesen sein wenn du dich nicht gerade bewegt hast ich glaube ich habe footsteps gehört wir müssen irgendeinen klos haben unter uns wir haben einen unter uns achtung richtung er ist tot loxer loxer der ist tot brauche ich mal einen medic am find logi schwarzweiß ist weg doch find logi ausgeschaltet squad ausgeschaltet reicht nicht auf mich schießt klar ich bin ein freund auch ein teamkill vom blau helm jetzt brauche ich definitiv noch mal am bedecken ich will verlegen in den angriff wie sieht es da aus eigentlich wie ist es jetzt für euch das war nur der komische blau helm und nicht erschrecken gleich ich baller den logi ein bisschen weg das dauert sowieso mega lang keine ahnung warum wir mich erschossen waren keine ahnung warum wir mich erschossen waren das braucht halt einfach meine kompletten magazine aber das regiert einfach eine motorbaut das ist kein logi alle einsteigen bitte das ist sehr scary wenn neben die eine einläufer weg ist mit sani willst du mit john j rambo in die main und willst du detour machen da ist er weg mit sani los hast du ihn jetzt gekägt er geht mit der brent äh brent nein er brent mit rambo durch lost story of the decades ja das ist extrem süß hier haben sie sich beim phobia kennengelernt ach so die männerlebschaften halt so entstehen oder ziemlich angeschlagen schul herr ja ja mit einem ja denn du bist du fast da unter wirklich da da dagegen komm, smocken wir uns rüber, auch alles hat gut funktioniert, er schießt einfach durch den smoke ich muss zugeben, ich kann den fluss nicht empfehlen ne, ist voll die todeszone, selbst mit smocks ein bisschen rauchen, ein bisschen von dem zeug, das piranha ausgibt, dann könnt ihr da auch auflaufen ich habe mich jetzt auch erwischt durch die zwei smocks tschüss ja, ich höre was auch immer hier durchläuft mit dem wir gehen wir brauchen merkt wir brauchen Haltmann! Ähm... Stoppande SS-1! Ähm... Nein, Max! Bitte! Nein! Keine Ahnung! F**k! Beide auf meiner Position kommen an den Fluss. Bedenken auch früher nicht mehr. Ich hab gelogen. Da hockt er fast so, Johan. Bedeute. Bedeute. Das war's für heute. Schnell, Leute. Geht so auf, können wir jetzt auch nicht. Warte. Zwei. Nehmen wir. Drei mal. Wir kommen gleich zum Transport, wenn ich wieder aufgehoben werde, dann kann ich ihn absmocken. Dann kann man rausfahren. Da ist der Grani ja da. Tja, das MG ist schon da, der macht den Job. Oh, gleich ist der Smoke down. Da sind hier Tower eingestellt. Ja, zwei. Das ist aber neben mir, den Fakten zu fügen. Bam. Squad mit Einsteiger in den Transport. Letzte Aktion. Go, go, go. Ja. Ach, mir der Medic noch. Na, solange die Smokes da sind, ist er okay. Ich hab das Gefühl, das geht schief. Nein, nein. Das weiß ich jetzt hier jetzt nicht. Oh, geil. Willst du echt durchs Wasser fahren? Tick jetzt. Oh Mann, ich werd zu sterben. Ja, genau. Ja, wir kriegen Beschuss aus Südwesten. Südwesten, anderer Fluss, Alter. Der Medic ist schon rausgeschmissen. Pass auf, Dreckfesten. Unser Besten. Unser Besten. Dann hätten wir es so stehen müssen. Das sind alle zufrieden. Das sind alle zufrieden. Ja, Mann, ich bin nochmal zwei Meter gefangen. Moin jetzt noch nicht auf. Ja. Ich habe mich mit dem B2 weggebracht, wenn ich das noch ein Mal verjungen hab, Ich hab nur zwei gehabt, deswegen. Also das ist ein bisschen traurig, Jungs. Ich hab mehr Kälzer als ihr alle zusammen. Und die sind sogar noch confirmed. Hey, wenn du mehr Gameplay haben möchtest, schau unten längst allein. Da lass ich dir eine Playlist. Viel Spaß, Piranha auf und out.